Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Ja, ich habe gerade mal wieder gesehen, dass die Aufnahme nicht von Anfang an lief. Ich liebe OBS manchmal. Ja, 18. September haben wir. Es gibt nichts Neues. Minna ist da. Wir haben ein Geschenk gehalten. KK Gumbo. Weiß ich nicht, ob wir das haben. Müssen wir mal schauen. Genau. Es ist wieder ein Event rum. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Wir haben ein Notizbuch gefunden, das gehört Apollo. Das haben wir von Max erfahren. Und genau. Ja, gut. Wir haben das Bild bekommen von Rainer. Das müssen wir später abgeben. Ansonsten müssen wir mal schauen, was heute noch so passiert. Genau, ich würde sagen, jetzt suchen wir erstmal Apollo. Bzw. machen wir unsere Runde, suchen Apollo nebenbei. Und ja. Dann haben wir einen chilligen Tag heute. Bei schönem Wetter, ein bisschen windig. Ja, shit happens, würde ich sagen. Sonst gibt es hier nicht so viel zu erzählen. Wir warten immer noch drauf, dass wir die Pokis umtauschen können. Beziehungsweise Geld in Pokis machen können. So dass wir uns dann die ganzen Antik-Sachen holen können. Und dann eben den Oberstockwerk neu einzurichten. Und hoffen, dass wir dann da das Gold ADSH-Dingsbums bekommen. Polo scheint unterwegs zu sein. Unfassbar viele Libellen heute unterwegs. Insel fahren wollten wir auch mal wieder. Na, gucken wir uns Zeit lassen. Ich glaube, die Zeit läuft uns jetzt nicht mehr so davon. Wir haben eigentlich alles gemacht, was wir machen wollten. Wir müssen unser Ding noch abschließen. Unsere Ferienhäuser. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Dass wir erreichen, was wir unbedingt erreichen wollten, mussten, sollten, konnten. Genau. Und wir sind fertig mit Blumen. Zumindest mit einem Paar hier sind wir fertig. Da haben wir unsere zweite Libelline endlich. Alles, was uns plötzlich fehlt, waren Rosen. Uns fehlt nur noch eine Rosenfarbe meines Wissens. Und das ist blau. Ciao. ich bin sehr stolz gerade muss ich zeige ich bin sehr sehr stolz gerade sollten das vielleicht das dann noch einnehmen das sollte nicht so alle blumen sind vollständig ich bin sehr stolz gerade ich bin sehr stolz gerade ich bin sehr stolz gerade sehr stolz gerade Ja, das war's für heute. naja so imponierend ist dies nicht so dann haben wir die überschüssigen blumen weg guck dir mal diese ganzen blumen an alter ich komme nur noch eine blumensorte fehlt eine einzige ging viel zu schnell einfach krass aber ja jetzt dürfen wir ein paar blumen ausgraben oh die weißen können wir behalten so Sollte ich nicht. Das war's für heute. so alles wieder mit dem hier ich kann das nicht aufzusehen So, dann müssen wir auch noch zwei Kirschbäume stellen und dann haben wir wieder zehn Stück. So, dann können wir wieder zehn Stück. Nein, tatsächlich Natürlich, finde ich, passt jetzt hier keine Rose mehr hin. So hinpassen sind noch viele, aber ich möchte nicht, dass da noch ein hinkommt. Ich finde, es schaut jetzt relativ naturell aus alles. So. Das war schlecht, glaube ich. Das hat er versucht, weiterzulaufen. Ne, haben es noch geschafft. Okay, gut. Also Geld haben wir im Überfluss heute. Der hat man gestern auch schon. Sonst hat man uns den Treibdienst nicht gekauft. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay, gut. Dann hat man das rumgebracht. Wir haben Apollo das Ding gegeben. Wir haben eine weitere Blumenzucht vollständig. Was wollen wir mehr? Blaue Rosen. Das wäre jetzt noch perfekt. Aber ja. Analysieren. Ja, was... Sehr schön. So. Nee, das war's. Danke dir. Ja. Einen weiteren Tag, ein weiteres Abenteuer erfolgreich rumgebracht. Wie gesagt, Hauptaugenmerk liegt jetzt vorerst mal auf der blauen Rose und dann natürlich auf dem Beenden der Ferieninsel. Und wenn wir das alles haben, dann ist das Let's Play eigentlich so gut wie durch. Oh. 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 Oh, das Geld muss man mal aufgeben. Das machen wir morgen, ansonsten ist heute nicht so viel passiert, genau. Na gut, dann bedanke ich euch für das Zuschauen, sagt Ciao mit V, wir sehen uns das nächste mal wieder und ja, bis dann. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.